Hey, yo! Achte auf die Balance. Fang mit der Seele an und der Körper folgt, Bruder. Sieh mir die Wagen an. Immer sieht man nur die Wissenschaft, die Konstruktion. Verbesserungen brauchen eine Vision. Du musst ein Künstler sein. Und wie jeder respektable Künstler, fangen wir innen an. Das Herz ist der Motor. Und ist das Tuning des Motors erstmal perfekt? Konzentrieren wir uns auf die Verbindung zum Asphalt. Travis hat Verbindung zu einem Spezialisten. Top-Tuning-Teile für die fehlenden 10%. Ich hab Nakai-san mal einen Wagen bauen sehen. Er brauchte vier Stunden nur für einen einzigen Kotflügel. Leute kamen und gingen. Die meisten erkannten nicht mal die Perfektion. Aber bei Nakai-san war jedes Blech ein Pinselstrich. Ein Meisterwerk. Genau aus dem Grund wird er niemals kommen. Keine Sorge. Er wird kommen. Danke. Auf Wiedersehen.